Vom Leben der Natur Diese Woche Wildtiere und Wasser in Afrika. Der Sozialanthropologe Werner Zips erzählt von seinen Eindrücken als Filmemacher, wie Dürre und Starkregen zur Überlebensfrage werden. Heute Seen im Akagera Nationalpark in Ruanda. Ich habe die letzten zwei Jahre, jeweils im Februar, ein ganzes Monat in Ruanda verbracht, im Akagera Nationalpark. Und 2022 waren diese zehn Seen, die dieser Akagera Nationalpark zu diesem Lebensraum macht, zu dieser Biodiversitätszone. Und man hat damit natürlich entsprechendes Tierleben gesehen und gehabt. Ein Jahr später war zu viel Wasser, steigender Wasserspiegel. Und das bedeutet, dass das Land eingenommen wird. Das heißt natürlich auch, dass für die Landtiere die Flächen zurückgedrängt werden und damit natürlich ein immenser Druck stattfindet. Jetzt ist dieses ganze Gebiet nur mehr ein wenig über 1000 Quadratkilometer groß. Vor dem Genozid in Ruanda war es zweieinhalbmal so groß. Dann durch die rückkommende Bevölkerung wurde es verringert, das Schutzgebiet und die Bevölkerung angesiedelt. Die Tiere können nirgends hin. Das sind Zäune. Das heißt, die Elefanten stoßen an diese Zäune. Die gehen dann vielleicht die Berge hoch, um nach Fressen zu suchen. Dann haben sie aber kein Wasser. Also es sind wirklich schwierige Situationen. Und es gibt Pläne. Die COP15 zum Beispiel in Montreal, also die Convention for Biological Diversity Conference, hat ja diesen Beschluss, 30 Prozent der Land- und Meeresoberflächen bis 2030 unter Naturschutzstellen gefällt. Und in diesem Beschluss steht etwas ganz, ganz Wichtiges drinnen, dass indigene Bevölkerungen und lokale Gemeinschaften mit einbezogen werden sollen in den Schutz. Derzeit erlebt man einen Reflex von vielen, die erlebt haben, Naturschutz seit der Gründung des Yellowstone-Nationalparks. Immer bedeutet Menschen raus, Tiere rein. Und dass man damit Land verliert. Das ist eine Erfahrung, die ganz, ganz viele indigene Gemeinschaften auf der Welt gemacht haben. Und lokale Gemeinschaften auch. Aber andererseits muss man sehen, dass sich, glaube ich, die Ebene der globalen Verständigung schon so weit bewegt hat, im Anschluss an die Deklaration für indigene Rechte der UN 2007, dass gegen indigene Völker, gegen indigene Gemeinschaften eigentlich nicht mehr Naturschutzpolitik gemacht werden kann. Im Gegenteil, dass unter Umständen in diesem traditionellen Nachhaltigkeitsgedanken, die haben das natürlich nicht Nachhaltigkeit genannt, sondern Stewardship, also Vorsorge für Natur, dass in diesem Gedanken auch Chancen drinnen liegen, wie man unter Umständen großflächigeren Naturschutz neu aufsetzen kann. Ja, das ist mehr als ein Hoffnungsschimmer. Das ist auch wirklich eine dringliche Notwendigkeit. Wenn man wissenschaftliche Texte liest von Ökologen, Evolutionsbiologen, die oftmals mit Sozialwissenschaftlerinnen zusammenarbeiten, auch mit Ökonomen zusammenarbeiten, weil das Ganze muss eine ökonomische Ebene haben. Wenn man da ungefähr weitere 15 bis 20 Prozent quasi einer ausbeutenden Nutzung durch den Menschen entzieht, dann brauche ich dafür eine ökonomische Basis. Wenn ich die Rechnung ohne Ökonomen mache, und das meint eben auch regionale oder nationale Ökonomen in den betroffenen Ländern Afrikas, Asiens und anderswo, dann wird das nicht aufgehen. Dann wird diese Rechnung ohne den Wirt gemacht sein. Wildtiere und Wasser in Afrika Der Sozialanthropologe Werner Zips von der Universität Wien erzählte von seinen Eindrücken als Filmemacher, wie Dürre und Starkregen zur Überlebensfrage werden. Im Universum Spezial Wasserwelten Paradiese in Bedrängnis ist sein Beitrag noch auf ORF ON nachzusehen. Beide Sendungen sind Teil der ORF-Initiative Mutter Erde. Gestaltung Ilse Huber Oич